Ich bin ein Strafgedicht, ein Strafgedicht, ein Steinschacht, ein Steinschacht, ein Steinschacht! Das Nützige Worte, das zu meinen Zeiten für Ungehebel, weil ich das Praktische lehrte. Also wenn du jetzt nicht bald Ruhe gibst, dann scheppert's. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich Geld gebe für irgendein Brechtgedicht. Deshalb, meinte ich, wird mein Name noch genannt werden. Ich hab das vergessen. Wenn die Häuser zerfallen sind, die wir in der Drohne, und die Schiffe verfaulen, doch gehen in die Fuhr, wird mein Name noch genannt werden. Einzig, dachte ich, in fernen Zeiten, wenn Schiffe... Vielleicht begegnen wir uns irgendwann wieder, aber da, wo du mich geworfen hast... Das stimmt nicht. Warum soll mein Name genannt werden, Berthold Brecht? Deshalb, meinte ich, wird mein Name noch genannt werden. Warum soll mein Name genannt werden? 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 Warum Berthold Brecht mein Name? Warum? Warum?